FC Bayern feiert Torspektakel gegen Liverpool, doch erlobt Supertyp kretzig. München-Singapur, nach dem Happy End beim Torspektakel gegen Jürgen Klops, 56, FC Liverpool hatte es der kurz jubelnde Tross des FC Bayern eilig. Am Flughafen von Singapur wartete am späten Mittwochabend, Ortszeit, nach dem 4-3, 2-2, zum Abschluss der Marketing-Tour durch Asien die Chartermaschine zurück nach München. Das ist natürlich ein Super-Ende der Reisen nach zehn anstrengenden und kräftizierenden Tagen. Resümierte FCB-Trainer Thomas Tuchel, 49, noch auf die Schnelle im Nationalstadion. Gangster trat den Heimflug besonders glücklich an. Der 20 Jahre alte Bayern-Amateur Franz Kretzig war mit einem Traumtor in der Nachspielzeit der strahlende Matchwinner. Kretzigs wuchtiger Linksschuss schlug oben im Tor ein. Zehn Tage vor dem Saisonsauftakt mit dem Supercup-Spiel gegen der FB-Pokalsieger RB Leipzig lagen die Bayern 0-2 und 2-3 zurück, schafften aber jeweils ein Comeback. Die Leistung war gut, das Ergebnis ist gut. Ich bin sehr froh. Dass wir zum Abschluss der Tour so eine Leistung zeigen und einen Erfolg gegen eins der Top-Tims in Europa einfahren konnten, sagte Tuchel. Das Spiel zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.